Lucien Caillet war ein in Frankreich geborener US-amerikanischer Komponist und Klarinettist. Leben Caillet studierte am Konservatorium in Dillon, das er mit Auszeichnung im Fach Klarinette abschloss. Er war dann Kompositionsschüler von Paul Fauchet und George Cossades und studierte Kontrapunkt bei André Gedeige und Instrumentation bei Gabriel Paris. Er übersiedelte 1918 in die USA, wo er beim Philadelphia Orchestra unter Leopold Stokowski und Eugene Norman, die bis 1937 als Klarinettist und Arrangeur wirkte. Daneben gründete er die Cherry Hillwind Symphony, für die er unter anderem Sibelius Finlandia arrangierte. Zudem war er Professor an der University of Southern California und Dirigent von deren Sinfonieorchester. 1937 veröffentlichte Caillet eine Orchesterbearbeitung von Mussockskys Bilder einer Ausstellung. Neben mehr als 200 Werken für Bläserensemble, Orchester und Chor komponierte und orchestrierte er auch 50 Filmmusiken. Darunter zu den Filmen geknechtet S.H.E.Vora, Jelouribon, The Ten Commandments und Gunfight at the O.K. A. Corrill, 1937 wurde Caillet Officer der Académie Française, 1940 Doktor der Musik an der Philadelphia Musical Academy.